Tata, Tata, Tata Taliban Bin Laden vor mir fährt wie ein kleines Mädchen Ich weiß nicht, ob der Typ ein Navi hat Der fährt so lahm und ich häng nur an seinem Hinterrad Und komm zu spät zum Selbstmordattentat Bin Laden vor mir fährt wie ein kleines Mädchen Wo hat er nur den Führerschein gemacht? Der lebt nur in der Höhle und die Regeln kennt er nicht Der fährt schon seit drei Stunden ohne Licht Tata, Tata, Tata Taliban Tata, Tata, Tata Taliban Was will der Taliban da hinter mir nur? Ist der nicht doof? Ich frag mich, warum explodiert er nicht? Total blen, blen! Ich fahr jetzt schon eine halbe Stunde hier im Kreisverkehr Und ständig dieser Typ hinter mir her Nun wird mir diese Sache langsam mulig Mein Zeitzünder ist programmiert auf acht Wenn der nicht mal die Spuren wechselt und die Band 3 macht Dann explodier ich woanders als gedacht Tata, 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 Tata Taliban Tata, Tata, Tata Taliban Ich frag mich, warum der das Ding jetzt acht wird Ich war der falsche Gang Ich möge gern wissen, was er gerade denkt Heute ist wohl nicht mein Tag Der Türke nennt sich Terrorfürst und fährt so richtig mies Wegen dem komm ich jetzt nicht ins Paradies Jetzt blinkt auch noch die blöde Zanganzeige Ich glaub, das ist das Ende meiner Tour Ich geh mich schnell verstecken hinter irgendwelche Hecken Es ist ja sowieso gleich 20 Uhr